Herzlich Willkommen bei Remina Travel. Heute zeigen wir euch beeindruckende Aufnahmen vom Manta Point im Nordari Atoll auf den Malediven. Los geht's von unserer Trauminsel Velidu zu den größten Wochen der Welt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Mantas, auch Teufelsrauchen genannt, gehören zu den friedlichen Bewohnern des Meeres. Je nach Geschlecht erreichen sie eine Spannweite von 5 bis 7 Metern. Männchen bleiben hingegen kleiner und leichter als die Weibchen. Musik 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 Manterhochen sind sowohl einzelgängerisch als auch in Gruppen anzutreffen. Letzteres trifft vor allem während der Nahrungssuche und der Paarungszeit zu. Bei unseren Aufnahmen sehen wir sie bei der Nahrungsaufnahme, wie man am geöffneten Maul erkennen kann. Musik Manterhochen ernähren sich vom Kleinstlebewesen wie Plankton und Kleinstkrebse ab und an auch kleinere Fische. Die anmutigen Tiere gelten als sehr intelligent. Von allen Fischen haben sie das größte Gehirn im Vergleich zur Körpergröße. Manterhochen kommunizieren mittels Geräusche, die sie mit ihren Flossen durch brechender Strömung erzeugen. Was aussieht wie ein Tanz, kann durchaus ein Unterhaltung sein. Musik Auch ein kleiner Schwarm von Putzerfischen hat sich hier am Manta Point versammelt. Allerdings sind die Mantas am heutigen Tag wegen des Planktons hier. Musik Die riesigen Giganten der Meere sind für den Menschen vollkommen harmlos. Musik Diese eleganten Tiere hautnah zu erleben, ist immer wieder ein atemberaubendes Gefühl. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.